Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen Woher kommt sie? Wo ist sie? Und wohin geht sie genauer an? Unten findet ihr die Lösungsmöglichkeiten A. Ins B. Aus C. Nach D. In E. Nichts und F. Von Setzen wir ein. Woher kommt sie? Sie kommt von links. Von unten. Wo ist sie? Sie ist vorne. Hinten. Wohin geht sie? Sie geht nach drinnen. Rein. Und noch einmal. Woher kommt sie? Sie kommt von links. Von unten. Wo ist sie? Sie ist vorne. Hinten. Wohin geht sie? Sie geht nach drinnen. Rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ich bin gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Weil. Bis dann. Bill. ι. Ged po patrimine. Özell GDF. Estado. PETER. Vielen Dank. Vielen Dank.